Jetzt kommen wir zur Kombination 1 bis 10, 3 Schläge, danach machen wir Abschritte. So, wir fangen an mit 1, 1 ist Jab, Jab, Cross. Wie vorher, Jab, halben Weg zurückziehen, hinteren Fuß ranziehen, also Jab. Und dann wieder ein kleiner Schritt links, wieder vorher, Jab und hier Schritt rechts und die Rechte raus stecken. Cross, Bam, Jab, Bam, 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 von der Seite. Und hier, 1, 1, 2, 1 halben Weg, hinteren Fuß ranziehen, dann, Bam, Bam, Jab, Cross, Jab, Bam, Bam. Jetzt kommen wir zur Kombination 2, 2. Geht es punktermaßen aus, Jab, Cross, Cross zurückziehen, Gewicht wieder hier drauf verlagern und nochmal mit dem Cross zurückkommen. Die 2, Jab, Führung, Haken, Cross. Die 2, Jab, Führung, Haken, Cross. Die 2, Jab, Führung, Haken, Cross. Jab, jab, Linker Schritt vorwärts. Jetzt verlagern wir das Gewicht nach vorne und drehen die Hüfte und die Schultern nach links. Damit wir unseren Haken laden können. Und jetzt kommt wieder, Schritt links, Gewicht wieder auf den hinteren Fuß. Linker Haken und dann kommt rechter Cross, Jam, Haken, Cross, Jam, Bam, Bam. So, ich variere jetzt mal den Stand aus den Boxen, gehe ich jetzt mal ins Kickboxen, drehe meine Fels rein, dass es in der mittleren Linie ist, dass ihr mal den Unterschied übt. So, Jam, Haken, Cross. Von der Seite, Jam, Reindrehen, Haken, beim Haken Fels ausdrehen und dann kommt der Cross. Wichtig ist auch hier Fels hoch. So, jetzt kommen wir zu der 3, Jam, Cross, Haken, ist eine sehr weit verbreitete Kombination. Linker Schritt mit linker Hand, rechter Schritt mit rechter Hand. Jetzt, linker Schritt und linker Haken, Bam. Fels rausdrehen, die andere oben. Also, links, rechts, links. So, bitte. Jam, Cross, Haken. Das sind die 3. Das sind die 3. Von der Seite, Jam und dann Schritt Fels hoch. So, Cross, Rechte Fels hoch. Reindrehen. Und jetzt Schritt links und Haken, links, Kärchzeit. Bam. Jam, Cross, Haken. Bam, Bam, Bam. Und decken uns wieder hoch. Bam, Bam, Bam. So, jetzt kommen wir zu der 4. Bei der 4 haben wir, äh stopp, 3, zurück zu 3. Bei der 3 haben wir auch eine schöne Variation 3 Mittel. Sieht folgendermaßen aus, schlagen wir den Jam nach oben. Und dann schlagen wir den Cross, Salaplexus. Dafür gehen wir leicht in die Knie. Schauen wir, dass wir die Hand gerade schlagen. Also nicht nach unten schlagen. Sondern wir gehen leicht in die Knie, bleiben aufrecht. Fallen wir nicht nach unten, sondern leicht in die Knie und schlagen gerade. Rechte zum Salaplexus. Und dann gehen wir hoch und schlagen den linken Haken zum Kopf. Und das heißt 3 Mittel. Jam, Cross, Salaplexus. Pack zum Kopf. 3 Mittel. Jam, Cross, Bam. Oben, Mittel, oben. 3 Mittel. So, 4. Die 4 ist das, das ist der rechte Haken. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, den schön anzubringen. Jetzt fangen wir einfach mit dem Huck, Huck. Also, tollenermassen aus. Erstmal boxen wir an mit dem Doppeljab. Jab, Jab. Jab und so richtig rein drehen. Die Schultern hier. Einfach eine Linie bringen. Und gewicht erstmal hinten, linke Faser hoch. Dafür lagen wir ganzes Gewicht von hier nach da von der Seite. Schau zu. Jab, Jab. Jab. Und hier Faser hoch. Gewicht ist hier. Dafür lagen wir ganzes Gewicht von hinten und nach vorne drehen. Ganzes Körbe. Faser hoch heben. Jab. Hier oder schön rein drehen. Haken schlagen. Langen Haken aus Überhand. Oder hier großen Haken. Also, Jab, Jab. Jetzt kommt der Haken. Haken nach rechts. Und wir kommen wieder zurück mit dem Haken links. Gerade die Füße. Schritt. Schritt rechts raus drehen. Schritt links raus drehen. Von der Seite. Guck, guck. Gerade. Haken. 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 Und dann zurück. Haken. 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 So, Fünf. Fünf ist Führungseite. Apagat. Vorher erklärt. Bevor ihr Apagat schlägt, bringt ihr, schaut, dass ihr so die Hände bringt. Rechte Schulter ist hoch, reingedreht, Gewicht ist auch hier und dann könnt ihr von oben nach unten aufheben, aufheben, das wäre jetzt die 5, also bei der 5 ist folgendes, wir gehen mit dem Jeb rein, mit dem Jeb rein und jetzt drehen wir den Körper und bringen das Gewicht nach vorne, rechte Schulter oben, linke unten und hier heben wir auf, ab, ab und dann kommt der Cross rechts oder vielleicht so einen Bad, also Jeb, ab, ab, rein, rein und noch einmal, jetzt wir Tennis spielen, hochwerfen, den Ball was schlagen, das ist die 5, Variation für 5, 5, 3, 3, dann erinnert linke Haken, hier, erstmal rein drehen, es kann sein, dass wir, dass uns Gegner mit dem Körperhaken angreifen und wir hier schon den Körper so ein bisschen den Ellbogen schützen und dann ist der Körper schon so rein gedreht, beziehungsweise we checken, beziehungsweise, beziehungsweise呼ende wir den Cross aus, beziehungsweise we pendeln den Cross aus, bringen den Körper auch hier, oder wir kommen einfach gleich so rein, ab, ab, ab Sub后 ab, Ab Krampel, Cross, ανα 5-3, reindrehen, 5-3, jetzt kommen wir zu der 6, 6 ist der rechte Apagat, bevor der Apagat schlägt, erstmal die Schultern so reinbringen, auf eine Linie, linke hoch, rechts runter, von hier aus, bam, bam, hier, so die Schultern reinbringen, und von hier aus, so eine Bewegung, bam, bam, Kinn aufheben, zu sich ziehen, bam, das ist die 6, bam, hier kommt der Haken links, bam, und dann der rechte Gerade, bam, cross, noch einmal, reindrehen, bam, 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 von vorne, rein drehen, Schritt, 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 immer viel raus drehen, bam, 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 die 6, 7 ist der Leberschlag, oder wir sagen einfach Leber, für Leberschlag, also erstmal bringen wir den Jab Cross, aber bei dem Cross bringen wir den Körper so aus der Linie zur Seite, und der Cross ist einfach dafür da, unseren Leberhaken zu verstecken, abzulenken, bumm, und jetzt kommt der Leberhaken, bam, Aufwärtsbewegung, 2, ganze Gewicht ist hier und dann Gewicht ist da, Körperkampel, damit die Achs zu drehen, bam, bam, zum, zapp, zapp, leber, zum. Für die Leber haben wir die Möglichkeiten Leberhook zu machen, oder Leber-Apperkeit, Leber-6. Also Leberhug, 1, 2, Leber, wir zurückdrehen den ganzen Körper und dann kommt der Haken zum Kopf, bam, 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 oder Leber 6, also wenn wir hier Leber geschlagen haben, kommen wir mit dem Apacad rechts, gehen wir zurück zu den 6, wir haben noch 6, 5, das ist eine einfache Kombi von meinem Apacad rechts, Apacad links, kurzer Haken rechts, kurzer Haken links, wenn ihr jemanden an die Seilen habt, Apacad, Apacad, Haken, 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 das ist eine gute Kombi, um einfach die Schultern zu lockern, bam, 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 so aus von vorne, Apacad, Apacad, Haken, Haken, und immer Füße mit, 1, 2, 3, 4 und Körper mit groß, bam, 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 jetzt kommen wir zu 8, 8 ist Haken zum Körper mit Schlaghand, mit der rechten Hand, wir fangen Dann einmal mit Anboxen ablenken, linker Jab. Dann schwenken wir den Haken und wenn wir den Haken schwenken, gehen wir leichter in die Knie tief. Wenn wir Haken, der Gegner passt ja auf, dass er keinen Haken zum Kopf kriegt, er hebt die Hände hoch und kriegt ihn hier. Und wir sind hier, Boom! Haken zum Körper rechts, jetzt kommt Haken zum Körper links. Und jetzt kommen wir zum Kopf, Haken zum Kopf, Haken zum Kopf. Ganz einfach, Körper, Körper, Kopf, Kopf. Und hier, Bam! 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 Und hier drei, Bam! 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 Hier acht. So, zu neun. Dann habe ich jetzt eine andere Kombination. Also neun ist der Dreher, Schlag aus der Drehung. Diese Drehung müssen wir verstecken. Aber wir können nicht gleich so reingehen. Wie sieht der Gegner? Also acht auf den Füßen. Wir machen zuerst Doppel-Jab. Erster normalen Jab. Jab. Beim zweiten Jab. Beim zweiten Jab. Der Jab geht gerade, aber der Fuß geht schlecht zur Seite. Erster Jab gerade. Beim zweiten Jab zur Seite. Weil hier ausdrehenden Kopf zuerst. Schultern. Bam! Rückhand. Neun. Jab. Jab. Rückhand. Jab. Jab. Bam! Wichtig ist, dass jemand zurück zum Decken kommt. Bam! 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 So. Ich bevorziehe. Warte mal. So. 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 Wieder zurück. Zu drehen. Und nicht komplett hinzudrehen. Ein bisschen besser. So. Und zu zehn. Superman Schlag. Der Superman. Bam! So. Jetzt boxen wir an. Mit eins, zwei. Jab. Cross. Ziehen die Hand zurück. Knie geht hoch. Dann hüpfen wir hier vorwärts. Und schlagen so ein Cross. Also. Von hier aus. Jab. Cross. Hoch. Und nach vorne schwenken. Schneller. Das muss man mit Schwung machen. So. Jab. Cross. Bam! 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 Das wirklich beim Schlagen hier. Fuß zurück. Das gibt auch schon schönen Schwung. Bam! 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 Bam!